Greg und ich sind bereit an Bord zu gehen. Hier hinten sind alle Sets angeschnallt. Sie müssen nicht so schnell rollen. Wir kommen rechtzeitig an. Jetzt sind wir bald da. Sie gehen unnötige Risiken rein und regen den Patienten auf. Bitte fliegen Sie wieder einen geraden Kurs. Hey, hey, das brauchen wir gerade gar nicht. Sie fliegen nicht mehr für uns. Sollten wir so tief fliegen? Das belastet meine Patienten. Hey, vorsichtig. Wir haben hier einen kranken Patienten. Ich höre. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wir sind da. Ja, ja, nur noch ein paar Minuten, versprochen. Hey, ich bin's. Ja, wir sind gelandet. Okay, tschüss. Der Krankenwagen steht an der Rampe für allgemeine Luftfahrt. Sie müssen nicht so schnell rollen. Wir kommen rechtzeitig an. Danke, dass Sie geflogen sind. Sie waren eine große Hilfe. Danke, dass Sie geflogen sind. Danke, dass Sie geflogen sind.